Hallo und herzlich willkommen bei RP Bauelemente. Diesmal zeigen wir euch, wie man eine Laibung mit Protektor-Winkelprofilen gestaltet. Als erstes müsst ihr das Fenster an Höhe und Breite ausmessen. Danach werden die Winkelprofile in der gewünschten Länge zugeschnitten. Verwendet hierzu einen Trennschleifer. Als nächstes messt ihr den vorderen Schenkel des Winkelprofils aus und schneidet diesen am langen Schenkel des oberen Winkels ab, damit die Zusammenführung der Winkelprofile einheitlich aussieht. Im nächsten Arbeitsschritt könnt ihr den oberen Winkel einbauen. Danach setzt ihr die seitlichen Winkelprofile ein. Ein kleiner Einschnitt des vorderen Winkels hilft dabei, dass die Aufkantung der Fensterbank mit dem Winkelprofil zusammenpasst. Im letzten Arbeitsschritt werden die Winkelprofile zum Beispiel mittels Nägel oder Schrauben befestigt. Alternativ könnt ihr die Winkelprofile auch einkleben. Das war unser kleiner Clip dazu und wir hoffen, ihr konntet etwas Positives daraus mitnehmen. Solltet ihr weitere Fragen haben, könnt ihr uns gerne auf unserer Internetseite unter www.fassaden-dach.de besuchen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!